Die Vergangenheit Die Vergangenheit Meine ersten angenehmen Kindheitserinnerungen spielen in der Küche bei Köchin Blume. Von Mama für Mama. Ich schmecke Braunschleerzucker. Nass jünger, nass jünger. Ich bin in einer außerordentlichen Angelegenheit zu Bianca ins Mädchenreich unterwegs. Ich habe ein kleines Briefmarkenalbum dabei, denn Bianca sagte, Wenn alle weg sind, tauschen wir. Bring deine Taschenlampe mit. Wollte ich liegen? Mein Empfinden für die Mutter ist aufgebraucht. Das war mein allerschönster Traum. Verdammt es, diese Frau. Goddamn go away, fucking bitch. Ich bin 35. Die Grenze ist offen. Wir sind gezwungen, das anstehende Problem einzugehen. Die Mutter zu besuchen. Wir sind gezwungen, das anstehende Problem einzugehen. Die Mutter zu besuchen. Vielen Dank.